Wie kannst du jetzt im April dein Heilpflanzenwissen vertiefen? Vorschlag, konzentriere dich auf einige wenige, aber wichtige Pflanzen. Ich zeige dir sieben verschiedene Pflanzen im April und die kannst du tief kennenlernen und du findest auch im Download kostenfrei ohne Anmeldung ein PDF, wo diese Porträts und die Forschungsaufträge zu finden sind. Aber jetzt erst einmal steigen wir ein mit dem ersten der sieben, das ist die Birke, die ihr frisches Grün austreibt wie ein Wunder, was für ein Licht der Erscheinung mit ihrer hellen, hellen Borke und ihrer hellen Erscheinung. Sonst haben wir sonst etwas Braunes und Erdiges bei den Bäumen, aber hier haben wir etwas Glattes, sogar Entzündliches bei nassem Wetter. Diese Feuerwirksamkeit ist ganz groß, erinnert uns fast auch an so etwas wie Asche. Der Venusbaum Birke schenkt Beweglichkeit der Glieder, bringt unser ganzes System wieder in Fluss und in Bewegung. Die Blätter zeigen Rautenform und weisen auf das Luftelement hin und für einen Haut- und Fastentee können wir die jungen Blätter in angemessener Weise einfach abstreifen und daraus einen sehr kräftigen Tee bereiten. Mit Brennnessel und Löwenzahn gibt es einen Erneuerungstee und der ist sehr mineralienreich. Kommen wir zu der zweiten Pflanze. Rostbraun ist der erste Austrieb dieser eisenhaltigen Nessel, die Brennnessel, die gerne in der Nähe des Menschen, bei Menschen, Tieren, Horsten und an Stellen auf dem Halbschatten unter Sträuchern wächst. Die Erde ist sehr nahhaft, wo sie wächst und wir können auch mit bloßer Hand ernten. Das ist ein Versuch, den ich dir sehr raten würde, einmal das zu tun. Das belebt die Haut, hab da keine Angst. Wenn du nicht allergisch bist, kannst du einfach damit umgehen. Generell sammeln wir an schönen Plätzen gute, frische Exemplare, die oberen Triebspitzen, da wo keine Raupen sind, denn sie ist die Brennnessel für viele heimische Schmetterlingsarten die einzige Nahrungsquelle, die wirklich alleine davon sich ernähren, unter anderem Admiral und Tagvornauge. Das Erfahren der Brennnessel prägt sich und brennt sich in unser Gedächtnis ein. Wir erinnern uns gerne daran, was und wann uns die Brennnessel zum ersten Mal begegnet ist. Die Wurzel der Brennnessel ist ein sehr wirksames Mittel bei gewissen Anzeichen einer Prostata, aber da sprich mit deinem Arzt und Apotheker. Das sind nur Hinweise. Es kann also sehr beim Wasserlassen helfen und auch zum Teil Menschen, die Schmerzen beim Wasserlassen haben, berichten von guten Erfolgen. Das Gänseblümchen, unsere dritte Pflanze hier in dem April. Sie ist sehr früh da, sie öffnet und schließt nach der Sonne. Und die Blüten wirken entzündungshemmend, haben ätherische Öle und schmecken auch etwas nussig. Die Venuskraft äußert sich da in den Blüten. In den Blättern ist eher dieses Mondenhafte zu finden, die als Rosette da sind. Die werden bei Hauterkrankungen verwendet gerne. Und generell sammeln wir die Blätter gerne einfach direkt so, pflücken sie in den Mund oder erfreuen uns an ihnen oder sammeln auch ein paar Blüten für den Haustee. Denn die Saponine, die enthalten sind, erleichtern die Aufnahme anderer guter Stoffe, sodass wir also immer ein paar saponinhaltige Drogen im Tee uns ganz gut tun. Der Gundermann ist eine Pflanze, die ich sehr liebe. Sobald die Erde sich erwärmt, können wir ihn blühend erleben. Glechoma Hederacea, also Efeu Blättrig heißt er, ein Lippenblütler. Er hat ein besonderes Aroma, hast du daran einmal gerochen. Auch der Geschmack ist sehr unverkennbar, aromatisch, erdig, würzig. Es ist einfach besonders, unser lieber Gundermann. Wichtig zu wissen für Menschen, die mit Mittelohrentzündung zu tun haben, da kannst du dich gerne informieren. Da kann diese Pflanze sehr viel Durchgängigkeit wieder bewirken. Aber du musst selbst erfahren, du musst selbst deine Erfahrungen damit machen. Lern ihn mal kennen. Und je nach Standort hat er einen sehr verschiedenen Gestus. Hier zum Beispiel in voller Sonne ist er sehr gedrungen und auch leicht bräunlich. Viele Farbstoffe in den Blättern weisen auch wieder darauf hin, dass er uns als Tee sehr viel geben kann oder als Frischpflanzer. Hier ist er noch schattig und frischgrün. Auch das ist der Gundermann. Er mag gern das Wasser im Boden, kann aber auch in relativer Trockenheit ganz gut überdauern. Als nächste Pflanze die vierte, die Nelkenwurz Geum urbanum, ein Rosengewächs. Die Rosette im Frühling schaut ein bisschen erdbeerartig aus wie ein Odermännig. Das ist ein richtiges, echtes Rosengewächs. Bei den Wurzeln und den Rhizomen merken wir es an den Gerbstoffen. Und die Blüte ist so etwas kerklich, ein bisschen gelb, aber große Lücken bis hin zu den Kelchblättern. Das, was ich in meinem Buch auch als typische Jupiterblüte beschreibe. Und wenn wir dann das Rhizom anschauen, das duftet nach Nelke. Das ist also der Ersatz für die exotische Nelke gewesen. Und auch heute ist es wirklich kein Ersatz, sondern diese Pflanze wächst. Wenn sie auf gesunden Böden mit gesundem Wasser wächst, ist sie einfach unglaublich kostbar für uns mit gesunder Luft als Heilpflanze. Und auch da schicke ich dir das Rezept für den Nelkenwurz Sommer- oder Winterwein, in dem Fall Sommerwein. Es hat eine sehr stärkende und kräftigende Wirkung auf uns Menschen und ist sehr zu empfehlen. Als fünftes oder sechstes schon dieses hier, das Labkraut. Da gibt es verschiedene Arten. Das Klettenlabkraut oder den Waldmeister. Das ist die Familie der Rötegewächse. Im Foto siehst du hier ganz einfach das sogenannte Wiesenlabkraut, Gallium muluga. Und es ist im Geschmack mild und salatartig. Hilft uns das wieder, dass die Flüsse gut in uns fließen. Die Lymphe später stengelt es auf, wird ein bisschen karger, trockener, also nicht mehr so saftig und blüht dann in der sommerlichen Wiese mit diesen weißen Sternen. Die Blüten können einfach zur Weichkäsegewinnung eingesetzt werden, indem sie in frische Milch eingelegt werden und über Nacht verdickt die sich. Und so können wir ein Frischkäse gewinnen. Du kannst die Blüten aber genauso auch für eine Sommerbowle nehmen. Und dann später im Jahr einfach in kaltes Wasser einlegen. Das aromatisiert ähnlich dem Verwandten, dem Waldmeister und kühlt und stillt den Durst. Und so sind wir schon beim Abschluss hier bei dem siebten, dem Löwenzahn, den verschiedenen Löwenzahnarten, die ja sehr vielseitig und verwendbar sind. Und ich weise nochmal darauf hin, du findest also als Bonus unten dann die Porträts, Pflanzenporträts und auch die Anleitungen, dich mit diesen Pflanzen auseinanderzusetzen. Du kannst hier im Frühling die Rosetten mit den Wurzeln ernten und als Ganzes essen, auch wenn dir bodengesund ist, ein bisschen die Erde und der Sand, das tut uns auch nur gut. Oder auch natürlich waschen und für die Küche zubereiten, das gibt uns ganz viel Energie, ganz viel frische Grünkraft und alles, was da ist. Beim Löwenzahn sind auch die Stängel und die Blüten essbar. Zur Kur reinigt es die Leber und nimmt uns die Müdigkeit. Auch da haben wir wieder viel Durchlässigkeit und haben viel Kraft und viel Energie. Sieben Stängel pro Tag ist so etwas, was ich gerne mag, sobald die Stängel dann da sind, zum Beispiel 14 Tage lang. Okay, dieser Vortrag ist wirklich ein freies Geschenk für dich. Du weißt, was ich unterrichte, ist die Kunst der Spagyrik und die beginnt ja damit, wenn wir wissen, wie man Tinkturen aus Heilpflanzen macht. Aber ich möchte dich einfach hier herzlich einladen, kostenfrei dieses Material mitzunehmen. Das ist wie eine Heilpflanzenausbildung, wo ich dir jeden Monat fünf bis sieben Pflanzen empfehle, kostenloser Download. Du findest den Link unter dem Video. Dort kannst du dann für dich dich mit diesen wunderbaren Wesen halten, intensiv und die richtig befreunden. Dich anfreunden mit denen, die gut kennenlernen, die untersuchen und erforschen und zu deinen besten Kumpels machen. Weil wenn wir die Heilpflanzen kennen, dann werden wir irgendwann auch lernen, die Tinkturen zu machen. Und dann werden wir irgendwann auch uns fragen, was machen wir mit dem Rest der Pflanzentinktur. Und da ist ganz wichtig, dass du dann vielleicht einmal drauf kommst und sagst, hey, ich habe Lust bei Christoph oder bei anderen Leuten, die in dieser Kunst verständig sind, die Kunst der Spagyrik zu erlernen. Und da freue ich mich drauf. Aber jetzt erst einmal starte in dieses Jahr und du kannst jeden Monat fünf bis sieben Pflanzen erlernen. Dann hast du nach den Monaten 35 Pflanzen etwa gelernt und hast die richtig zu neuen Freunden gewonnen. Und das soll dir beitragen, dieses Video dazu. Ich hoffe sehr, dass es dich findet, wenn du dafür reif bist und wenn du einfach da stehst, wo du jetzt sagst, ich möchte gerne Klarheit, Sicherheit im Umgang mit Heilpflanzen bekommen. Und dann kann das dir dienen. Also dann die allerbesten Grüße von mir und lass mich gerne in den Kommentaren wissen, ob und wie weit es dir hilfreich ist. Vor allem die Materialien, die du dir kostenfrei auf der Seite herunterlädst. Du brauchst dich dazu nicht einmal in einen Newsletter eintragen.